Oh ne! Alles nur keine Manschner. Aber wie viel von euch kommen noch? Ey ehrlich, hab ich die Lampe weggerissen. Ist da drunter was? Aua. Aua. Nö, das meine ich mal. Mann, ihr Karton, sie will mich killen. Weg! Autsch. Medizinische Versorgung nötig. Klatsch. Achtung, Lebenszeichen kritisch. Bäm! Er ist tot schon. Ja, ja, wir haben schon wieder ein Game Over vor uns. Mann, jetzt... Jetzt komm ich da nicht hoch rein. Ach, ist das zu fassen, Mann. Karton! Das macht mich schon kaputt. Oh nö, schon wieder diese Viecher. Scheiße. Scheiße. Sägeblätter, Dinge. Uah, ich hasse ihn mal schnell. Jetzt kriegen wir schon wieder in Kanälen rum. Was haben wir hier? Tote Männer. Ja. Das ist doch... Das ist doch unmöglich, ey. Wieso können wir so viele in Mann schnittern? Au. Und... Ja, jetzt haben wir sie... Jetzt haben wir schon wieder immerhin etwas Strom. Da oben sind zu Platz, ja. Und die können wir gut gebrauchen. So, jetzt gehen wir mal hier längs. Sonst bleibt nichts übrig. Ja, das ist wirklich... Ja. Toll nie? Ja, das wars. Ja, ja. Ja, 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 ja... Ja, 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 ja. Dämonin. Jählen, Sie sind ganz ... Ja, 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 ja. Ja, die sind ja ... Ja, 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 ja. Schlimm und bisschen Munni Pupp Und Sprung Fall und Stürz Knochenbrech Nein Au Aua Mache Ich habe überlebt das X-Sales noch Habt ihr es gesehen? Die schieten Die schieten ja Au Geh doch rüber Geh doch rüber Mann Geh doch Und wieder kein Achievement Vorteil Was wollen wir auch mit Achievements? Keine Ahnung Kriegen sie nur ich nicht So hier Schmerzleid und Tod Immerhin wieder Leben Schnell die Tür auf Die hier links können Nix da Ja friss ihn Ach man ich wollte das Arsch Es sterb doch einfach mal Mann Ach prima jetzt können wir es trotzdem noch sehen Das Ach man Ich hasse das wenn das Spiel buggt Ich will Updates Sofort Hallo Wie oft musst du noch sterben? Ach das Geh mal weg hier Wo kommt ihr denn her? Eins zwei drei vier Sterbe dein Schlag ey Geht praktisch Na was geht ab? Nix Was hat das so toll gemacht? Ne das machen wir einfach Indem wir so machen Geh wir jeden dann gucken was da leuchtet Und gehen wir zurück Das glaube ich mein Unser Wer ist da Geh ist weg Jetzt mal ehrlich die haben nachgelassen die Viecher Da ist was drin Stör doch mal Mann du Viech Mann Dass die Dinge nicht Springen Springen Denn ich Sie will nicht sterben wollen Hier noch das Versteck Hm das war schon das Vierte Ich denke mal wir haben noch drei oder zwei vor uns Wir sind voll Und gehen hier mal die Treppe hoch Stört noch einfach Unterwasserkanal hier Wäääh Okay hier ist nix Dann gehen wir mal hier links Was war das denn? Nix Viech Habt ihr es gesehen? Der spawned da Zack war er da Also ehrlich das Spiel ist Ist jetzt echt scheiße Ich bin ganz sehr Dann gehen wir mal hier noch mal hier